Die Transfers der wichtigsten deutschen Radprofis zur Saison 2024 in der Überwicht. Rorahans Grohe verliert ihren Kapitän für die Klassiker mit Kopfschirmplaster. Der 29-jährige Kölner wechselt zum Team URE und verrichtet demnächst Helferdienste für Poker-Char bei den Klassikern als auch bei der Tour. Juri Hollmann wechselt zur Alphazin de Koinig. Der 24-jährige konnte sich im Movistar-Trikot bei den schweren Eintagesrennen so gut in Szene setzen, dass die Klassiker-Truppe um Mathieu van der Poel auf ihn aufmerksam geworden ist.